Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 27. Spieltag steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt immer schön gesund, auch das sei an dieser Stelle nochmal herzlichst erwähnt. Wenn ihr euch für die zweite Liga ein bisschen mehr interessiert, ist in der Infokarte nochmal ein Podcast, eine Spieltagszusammenfassung von mir zu finden auf meinem Zweitkanal, da könnt ihr gerne mal reinhören. Ansonsten viel Spaß bei dieser Prognose, danke fürs Reinschalten. Los geht's jetzt mit dem Stadtderby Hertha gegen die Union. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Das Stadtderby in Berlin-Hertha BSC empfängt den 1. FC Union Berlin am Freitagabend. Union Berlin musste sich nach der Wiederaufnahme der Bundesliga vom FC Bayern 0 zu 1 geschlagen geben und Hertha setzte ein kleines Ausrufezeichen unter Neutrainer Bruno Labbadia. 3 zu 0 gewann man in Sinsheim. Hier startete Eisern Union nicht verkehrt, Rhein-Lenz mit der ersten Torannäherung. Neunte Spielminute Kopfball, aber er gerät etwas in Rücklage und setzt das Ding dann relativ deutlich über den Kasten. Doch Union Berlin machte hier das Spiel zur Überraschung vieler Bruno Labbadia's Mannschaft nicht richtig eingestellt. Joshua Mees zieht in den Strafraum ein mit der Hacke zu Prömmel. Mees bekommt den Ball wieder und schlägt zu. Erstes Saisontor für Mees, der hier einen großen Anteil hat. den Ball wieder bekommt und vorbei Anja Stein ins Glück schießt. 1 zu 0 für die Gäste, ein Rückschlag für Hertha BSC, die bis dahin nach vorne zu unsichtbar waren. Jetzt Ibizovic mal mit einem Geniestreich zu Grujic. Der steht nicht im Abseits und kann in der 43. Spielminute die Partie ausgleichen. Da steht Union deutlich zu hoch. Das wird bestraft mit dem Ausgleichstreffer. Hertha hatte wirklich sehr wenig zu melden nach vorne und jetzt schlugen sie trotzdem zu. Also alles auf Anfang für den 2. Durchgang. Wieder alle Chancen auf gleich. Knapp 5 Minuten gespielt im 2. Durchgang. Pekarek mit einem guten Lauf. Hübner dazwischen. Grujic dann deutlich zu überhasste 53. Minute. Sie versuchten es aber jetzt deutlich besser zu machen als noch im 1. Durchgang. Die Gastgeber aber trotzdem in der Defensive weiterhin gefordert, weil Union Berlin hier auch auf den Dreier erpicht war. Turo Naria kann den Ball nicht klären. Torschütze vom 0 zu 1. Joshua Mees mit dem nächsten Versuch aber auch deutlich zu ungefährlich. Da waren wir schon in der 84. Spielminute. Es war unter dem Strich kein berauschendes Fußballspiel. Am Ende hätte es trotzdem in beide Richtungen umschlagen können. Nochmal eine Chance für die Hertha. Maximilian Mittelstädt. Schöner Ball. Schönes Auge für De Rosun. Der in der 87. Spielminute den Sieg auf dem Fuß hat. Doch nur das Aluminium trifft. Somit bleibt es beim 1 zu 1 wohl ein gerechtfertigtes Ergebnis. Union Berlin im 1. Durchgang besser. Hertha im 2. Und so trennen sich die Berliner mit 1 zu 1. Zwei Teams, die überragend wieder reingestartet sind. Treffen aufeinander. Gladbach gegen Leverkusen. Gladbach schon nach 6 Minuten führten sie mit 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Leverkusen hatte eine Machtdemonstration gegen Werder am Montagabend gezeigt. Hier war es Leverkusen mit der ersten großen Chance in der Frühphase. Sechste Spielminute. Das ist kein Abseits. Karim Bellarabi. Aber scheitert Anjan Sommer. Der Schweizer kommt gut raus und verkürzt den Winkel. Macht es ungeheim schwer für Bellarabi zuzuschlagen. Noch immer in der Anfangsphase. Wieder Bellarabi heute in der Startaufstellung. Auch Baumgartlinger ist reingerutscht in die Startelf. Folgt ja jetzt eine englische Woche. Amiri mit der nächsten Möglichkeit. Wieder ist es Jan Sommer, der den Rückstand verhindern kann. Knapp 10 Minuten erst gespielt. Es war eine klasse Partie. Embolo zu Florian Neuhaus. Doch Radetzki kann das, was sein Gegenüber kann. Ebenfalls super Reaktion ist schnell unten und wischt den Ball am Tor vorbei. Nun beruhigte sich die Partie nach spektakulärer Anfangsphase. Trotzdem Chancen hüben wie drüben. 30. Minute. Player über links. Holt sich den Ball von Jonathan. Tantar sieht Jonas Hofmann am zweiten Pfosten. Unglücklich in der Szene. Ein super Vorlagengeber. Ein Torjäger ist Jonas Hofmann aktuell nicht. 0 zu 0 nach 45 Minuten. Aber ein 0 zu 0 der sogenannten besseren Sorte. Wir springen in den zweiten Durchgang. Knappe Stunde jetzt von der Uhr. Leverkusen mit den ersten Akzenten nach vorne. Bayley Baumgartlinger. Das geht relativ schnell. Dem hierbei Havertz in letzter Instanz. Aber Matthias Ginter dazwischen, der hier reingrätscht und einen gefährlichen Torabschluss somit verhindern kann. Gladbach brauchte, um in die zweite Halbzeit zu finden. Wurde dann aber besser und auch spielbestimmend. Jonas Hofmann über rechts bekommt den Ball wieder. Schönes Doppelpassspiel. Flanke von der rechten Seite. Embolo mit dem Kopfball in der 72. Spielminute. Da setzt er sich gut durch gegen Jonathan Zah, der nicht ganz gut aussieht. Aber Radetzki hält den harmlosen Kopfball fest. Aber es gab noch eine dicke Chance. Neuhaus, Plea, Florian Neuhaus. Radetzki wieder da. Dieses Spiel wurde von den Torhütern entschieden. Denn es kam kein Erfolgserlebnis, weder für Leverkusen noch für Borussia Mönchengladbach. So endet diese Partie auch verdient mit 0 zu 0. Es war ein tolles Spiel. Einzig und allein die Tore haben hier gefehlt. In letzter Minute sicherte sich der VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag beim FC Augsburg. Ein 2 zu 1. Der BVB setzte sich gegen Schalke gut durch. Hatte hier in der Anfangsphase die klaren Spielanteile auf der eigenen Seite. Es war aber eine Standardsituation, die es brauchte, um zum ersten Abschluss zu kommen. Das ist Rafael Guerreiro. Aus 30 Metern hämmert er das Ding drauf. Richtig gefährliche Aktion. Hätte fast den Weg in den Winkel gefunden. Aber der BVB wusste hier durchaus zu gefallen. Der VfL Wolfsburg in der Defensive schwer gefordert. Dahoud, schöner Steckpass zu Delaney. 29. Minute. Kuhn Castells mit der Glanzparade. Aus kurzer Distanz ist er da. Und klärt zum Eckstoß. Dortmund möchte vor der Partie gegen Bayern hier die Generalprobe siegreich gestalten. Das ist auch für die Tabelle unheimlich wichtig. Nächste Möglichkeit. Wieder Delaney. Doch wieder ist Kuhn Castells die Endstation. So sollte es dann ohne einen Treffer in die Pause gehen. Vom VfL Wolfsburg hatte man sich mehr erwartet. Viel hielten sie nicht dagegen. Bis auf defensive Zweikämpfe war nicht viel Leidenschaft zu erkennen. Und auch da war der BVB überlegen. Vielleicht jetzt mal. Der zweite Durchgang brauchte, um anzulaufen. Wir sind schon über die 70. Minute hinaus. John Anthony Brooks, der mal durchläuft. Gegen Augsburg noch ein halbes Eigentor fabrizierte. Hier zeigt der Innenverteidiger, dass er es am liebsten mit dem Kopf macht. Der Schuss mit links jetzt nicht schlecht. Aber auch kein Problem für Bürki. Nun der BVB. Haben sie den längeren Atem. Guerreiro über links. Zieht in den Strafraum ein. Überragend. Der Ball nicht im Aus. Und dann schlägt Torland zu. 87. Minute. Das elfte Saisontor. Super gemacht. Die späte Führung für den BVB. Der VfL war jetzt gebrochen. Haaland diesmal in der Rolle als Vorlagengeber. Guerreiro also umgekehrtes Spiel. Ganz spät macht es der BVB klar. Die Generalprobe also geglückt für Schwarz-Gelb vor der großen Partie. gegen den FC Bayern München ein. Verdienter Sieg. Der zweite Durchgang lange nicht mehr so gut. Und dominant geführt vom BVB wie noch der erste. Aber über 90 Minuten gesehen ist das hier korrekt. Um ein Haar hätte der SC Freiburg RB Leipzig sogar 6 Punkte in der Saison abluchsen können. Jetzt haben sie 4 Punkte aus 2 Spielen gegen Rasenballsport. Ein beachtliches Zeichen, dass 1 zu 1 zuletzt in der Red Bull Arena der SV Werder Bremen zeigte sich bedenklich schwach in der Defensive gegen Leverkusen. Hatte hier in der Defensive aber erstmal wenig zu tun, weil auch der SC Freiburg nicht angehalten war, diese Partie zu leiten. So war es Finn Bartels heute in der Startelf nach 22 Minuten mit dem ersten Abschluss, den Alexander Schwolo jedoch halten konnte. Eckball von der rechten Seite nur wenig später. Theodor Gebris Selassie. Er hat es mal wieder zustande gebracht, einen Treffer aus dem Spiel heraus zu erzielen. Aber hier konnte er nach dieser Standardsituation nicht einschieben. Der SC Freiburg brauchte, aber dann Haberad zu Roland Zalai. Viel Platz, viel zu viel Platz. Und eiskalt. Zweite Saisontor für den Rechtsaußen. Ein einfacher Pass, die Bremer Verteidigung überspielt. So schnell liegt man dann hinten, obwohl man eigentlich eine sehr gute Partie bis dahin hingelegt hatte. Werder Bremen aber steckte den Kopf nicht in den Sand und versuchte im zweiten Durchgang wieder Gutmachung zu betreiben. Bargfrede, Rashica, Leonardo Bittencourt. Aber Alexander Schwolo ist so nicht zu bezwingen. Der SC Freiburg mit der 1-0-Führung im Rücken noch gestärkter in der Defensive. Nadelstiche nach vorne immer mal wieder, aber wohl dosiert. Vincenzo Grifo, Günther einmal noch weitergeleitet zu Salai Pavlenka behält aber in diesem Duell zweimal die Überhand und fischt das Ding weg. Die Schlussphase, Bremen musste jetzt aufmachen. Auch ein Punkt wäre eigentlich zu wenig. Vincenzo Grifo aber bleibt im Ballbesitz. Waldschmidt kommt erst nicht durch mit der Hacke zu Schmid. Kein Abseits. Die Entscheidung in der 83. Spielminute. Das fünfte Saisontor für den Franzosen. Und so kassiert Werder Bremen gegen Tor 60 und 61. Die schwächste Verteidigung der Liga hielt sich hier lange wacker. Und trotzdem geht Bremen mit 0 Punkten nach Hause. War das für den SC Paderborn schon die letzte Möglichkeit noch drin zu bleiben gegen Düsseldorf? Es reichte nichts. Sie spielten 0 zu 0. Und die Spiele werden weniger. Nun gegen Hoffenheim zu Hause in der Bentele Arena. Die Paderborner wussten aber zunächst mal, wo das gegnerische Tor steht. Und Marlon Ritzer aus der zweiten Reihe. Der hat einen guten Distanzschuss. Setzt den Ball hier aber etwas zu hoch an. Oliver Baumann kann den Ball über die Latte gucken. Es brauchte eine knappe halbe Stunde, bis die TSG 1899 Hoffenheim zum ersten Mal gefährlich wurde. Und es war eine Standardsituation. Robatzko aus 18 Metern läuft an und macht es fantastisch. Viertes Saisontor. Dass der Freistöße kann, sieht man hier wieder. Der ist perfekt platziert. Von der Latte springt er in den Kasten. Überhaupt nicht zu halten für Zingerle. Und so bringt sich Paderborn mit einer Standardsituation erst mal um den verdienten Lohn. Hoffenheim konnte auch nicht richtig überzeugen bei der Pleite gegen Hertha. Jetzt war es mittlerweile ein gutes Spiel der Gäste. Robatzko mit der nächsten Möglichkeit trifft hier aber nur das Aluminium. So ging es mit 0 zu 1 in die Pause der SC Paderborn. Fing besser an, ließ dann aber nach, spätestens nach dem 0 zu 1, übernahm Hoffenheim das Kommando. Aber was Robatzko kann, ist vielleicht auch die Sache von Sabiri. 56. Spielminute, ähnliche Position, 21 Meter. Sabiri läuft an, aber kann nicht an Oliver Baumann vorbeikommen. Etwas zu lasch getreten dabei. Weil ansonsten war das kein verkehrter Freistoß. Knapp 10 Minuten später. Hoffenheim über links. Posch und Brun Larsen. Florian Grillitsch wird nicht richtig angegriffen. Der Abschluss von Bayer wird durch Schonlau geblockt. Bayer, der für Bebu in die Startelf rückte, machte keinen schlechten Job. Doch war in seinem Alter noch nicht dazu in der Lage, das Spiel an sich zu reißen. Ist aber auch verständlich. Die Schlussphase lief so langsam an. 10 Minuten noch. Ben Solinsky dreht sich da gut um Hübner herum. Aber kann sich nicht belohnen. Oliver Baumann, ein letztes Mal gefordert. Danach kam nichts mehr vom SC Paderborn. Ein traumhafter Freistoß von Robertsko entschied hier diese Partie. Für Paderborn wird die Luft immer dünner. Und Hoffenheim etabliert sich so langsam im sicheren Tabellenmittelfeld. Der FC Bayer München fuhr den Arbeitssieg ein. 2 zu 0 gewann sie gegen Union Berlin. Frankfurt hingegen enttäuschte komplett. 1 zu 3 gegen Gladbach. Das Ergebnis ist noch gnädiger im Klang, als es eigentlich war. Gladbach war deutlich überlegen. Hier war der FC Bayer München zunächst etwas abwartend. Überrannte Frankfurt nicht, was man vielleicht hätte erwarten können. Die erste Halbchance in Person von Kingsley Coman wurde aber noch verhindert. Wenige Augenblicke später. Frankfurt das erste Mal nach vorne unterwegs. Ilzanka, Silva heute in der Startaufstellung. Rode zu Gacinovic. Und das überraschende 0 zu 1. 19. Spielminute, das erste Saisontor auch für Gacinovic. Kommt an Neuer vorbei. Die überraschende Führung für die Eintracht. Der FC Bayer München von sowas aber in der Regel eher angestachelt als irritiert. Thomas Müller, Annahme mit der Brust. Wunderbar abgeschlossen. Aber Kevin Trapp hält die Führung erstmal fest. Schöne Aktion von Müller. Abraham kommt zu spät. Aber Kevin Trapp badet das aus. War noch nicht ganz Halbzeit. Nachspielzeit lief. Lewandowski im Ballbesitz ließ sich immer wieder fallen, um sich auch Bälle abzuholen. Perisic zu Müller. Aber Kevin Trapp, dazwischen der beste Frankfurter, verhinderte hier den längst überfälligen Ausgleichstreffer. So ging es überraschenderweise mit dem 0 zu 1 in die Katakomben. Der FC Bayer München hatte noch Aufholbedarf, was das Tore schießen angeht. Nun kam sie. Müller, genialer Pass zu Lewandowski. Der verschleppt aber das Tempo. Muss vielleicht früher abschließen. Kommt trotzdem zum gefährlichen Schuss. 48. Minute. Kevin Trapp wieder dazwischen. Es war für die Gastgeber zum Verrücktwerden, was Trapp da alles rausholen konnte. Die Zeit lief so langsam davon. Lewandowski einfach glücklos gegen Kevin Trapp in mittlerweile Weltklasse Form. Und jetzt wurde es wirklich richtig knapp. Wir springen in die absolute Schlussphase. Pavard nochmal über rechts mit Coman. Pavard, Coman mit der Flanke von Tore, aber ohne Probleme geklärt. Coman bringt ihn nochmal. Und da ist Joshua Kimmich. Doch noch der Ausgleich. 89. Spielminute. Ganz wichtig vor der Generalprobe. Gegen den BVB holen sie sich das 1 zu 1. Wenn nicht die drei Punkte. Aber die Moral hat hier für den FCB gesiegt. Der FC Schalke 04 muss sich warm anziehen. Es könnten schwere Zeiten auf sie zukommen. Nach dieser blamablen Pleite beim BVB will man sich zu Hause gegen den FC Augsburg von einer anderen Seite zeigen. Anfangsphase Eckball von der linken Seite. Salif Sané zeigt es, wie es gehen muss. Schöne Direktabnahme mit dem linken Fuß. Dann aber gut gehalten von Lute. Kann da super parieren. Unter Heiko Herrlich wohl die gefestigte Nummer 1. Doch Schalke drückte und hatte Wut im Bauch. Serda mit der Hacke zu Benito Rama. Nochmal zurück zu Serda. Salute mit der Parade lenkt den Ball an die Latte und hielt damit das 0 zu 0. Von Augsburg kam im ersten Durchgang wirklich überhaupt nichts. Der FC Schalke 04 verpasste es aber, den Treffer zu erzielen. Der zweite Durchgang mit einem ähnlichen Bild. Schalke wieder in der offensiven Reihe aktiv. Der FC Augsburg tief hinten drin. Serda legt zu McKinney. Weston McKinney. Doch wieder Andreas Lute. Der wuchs jetzt richtig über sich hinaus. Und feierte sich dafür vollkommen zurecht. Doch es war überfällig mittlerweile. Das Tor der FC Augsburg machte nahezu nichts. Bastian Oczipka steckt durch zu Serda. Es war zum Verrücktwerden aus Sicht der Königsblauen. Framberger kommt zu spät. Abermals ist es Lute, der das ausbadet. Die Zeit lief den Schalkern davon. Nur noch eine Viertelstunde. Weston McKinney kommt nicht durch. Weston McKinney noch einmal. Und wieder Andreas Lute. Der FC Augsburg nahezu unsichtbar. Nach vorne. Wir springen in die Nachspielzeit. Schalke weit offen. Niederlechner zu. Saren Rennbarsee. Der tunnelt. Alexander Nübel. 92. Spielminute. Nübel wieder ins Tor gerückt. Eine einzige Aktion. Und Augsburg schießt Schalke ins Tal der Tränen. Damit verschaffen sie sich viel Luft im Abschiedskampf. Extrem wichtig dieser höchst unverdiente Sieg. Der 1. FSV Mainz 05 kämpfte sich zurück in der Partie. Gegen den 1. FC Köln holte sich einen Punkt. 2 zu 2. Endete das Ganze im Rhein-Energie-Stadion. Nun hatten sie in der Opel-Arena Leipzig zu Gast. Und die dicke Möglichkeit in der Anfangsphase. Abonni mit dem 1 zu 0 auf dem Kopf. Trifft hier aber nur den Pfosten. Er hatte den Anschlusstreffer erzielt. Gegen den 1. FC Köln machte so den Punktgewinn erst möglich. Hier ärgert er sich. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Mainz wusste durchaus zu gefallen. RB Leipzig noch in der leichten Schockstarre. Bis 10 Minuten vorm Seitenwechsel. Luckman spielt rüber. Schick. Viel zu leicht. Wie er hier die Situation für Müller gestaltet. Der fängt den Ball ohne Probleme einfach ab. 0 zu 0 nach 45 Minuten. Es war recht ausgeglichen. Viele Chancen gab es nicht. Der ist der FSV Mainz aber auf Augenhöhe. Und auch der zweite Durchgang lief besser an für Mainz. Boetius zu Abonni und jetzt hat er sein zweites Saisontor. 53. Spielminute wird gut bedient. Und Goulashy überwunden. Das verdiente 1 zu 0. Kurz nach Wiederanpfiff hier. Mainz richtig heiß auf den Doppelschlag. Aber nie wieder. Barrero Martins. Schönes Passspiel. Diesmal ist Goulashy aber dazwischen. Ganz große Chance hier zum 2 zu 0. Jetzt gab es Freistoß auf der anderen Seite. 60. Spielminute. Marcel Sabitzer. 19 Meter. Wunderbare Torentfernung. Der Österreicher tritt an und ist erfolgreich. Neunte Saisontor. 60. Spielminute. Ein super Freistoß. Der passt perfekt oben links in den Winkel. Das demoralisierte. Nun die Mainzer RB Leipzig ab sofort mit deutlichem Oberwasser. Kampel, Sabitzer, Lukman zu Kampel und der fällt rein. 78. Minute. Die Partie gedreht. Müller ist dran. Aber er bekommt ihn nicht rausgewischt. Und das war das Ende des Liedes. Mainz schlägt sich gut, aber steht am Ende mit leeren Händen. Da war Leipzig nach vorne einfach kaltschnäuziger war. Zum Abschluss des Spieltags hatte der 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf im heimischen Rhein-Energie-Stadion zu Gast. Düsseldorf nach dem 0 zu 0 sehr schlecht bedient gegen Paderborn. Jetzt waren sie hier richtig gut drauf. Pfosten, auch Pfostenpech gegen Paderborn. Schon ein deutliches Zeichen. Aber jetzt schlugen sie trotzdem zu. Nach Stögers Aluminium-Treffer bekommt Köln die Szene nicht bereinigt. Hoffen Hennings heute in der Startaufstellung. Der richtige Griff von Uwe Rösler. Der schlägt zu 1 zu 0 für Düsseldorf. Und die Fortunen richtig gut drauf. Tommi Skripski, Tommi quergelegt zu Kenan Karama. 29. Minute, das 0 zu 2. Köln wusste gar nicht, wie ihn hier richtig geschieht. Das war schwach. Ein mieser Auftritt der Geißböcke bis dahin. Gegen Mainz verspielten sie eine 2 zu 0 Führung. Jetzt wollten sie nach einer 2 zu 0 Rücklage aber wieder zurückkommen. Jonas Hector zu Jean Cordoba. Einmal raus zu Schindler. Kerstmeier mit der Parade. Szene noch heißt. Drechsler dann mit dem Ball. Aber auf die Tribüne. Das wäre die Chance gewesen. Einige Minuten vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber es sollte noch nicht sein. 0 zu 2 also nach 45 Minuten. Düsseldorf zog sich jetzt aber etwas zurück. Wollte das 2 zu 0 erst mal verteidigen. Der 1. FC Köln zeigte sich nun aber von einem ganz anderen Gesicht. Cordoba. Und so schnell geht das Ganze. 51. Minute. Das 11. Saisontor bringt hier den 1. FC Köln wieder zurück. Ins Rennen. Keine Chance für Kastenmeier. Und der 1. FC Köln jetzt richtig heiß. Cordoba. Hut. Aber diesmal ist Kastenmeier dazwischen. Hat was gegen den Ausgleichstreffer. Düsseldorf jetzt teilweise Vogelwild in der Defensive. Sie gerieten jetzt mehr und mehr ins Schwimmen. Und die Entlastung nach vorne kam nicht mehr zustande. Hector gewinnt den Ball in der Mitte. Borno schnell zu. Kingsley Schindler. Der zieht in den Strafraum ein. Flanke auf den zweiten. Pfosten da. Ist Drechsler ungedeckt. Und nickt das Ding ein. Der Ausgleichstreffer. 2 zu 2. Ging auch mittlerweile in Ordnung. Das war überragend, was Köln hier ablieferte. Fortuna Düsseldorf wollte antworten. Erik Tommi über rechts. Die erste Szene im Strafraum. Karamann zu Hennings. Und sie führt direkt zum 3 zu 2. Nichts bis dahin von Düsseldorf zu sehen. Seit der 30. Minute im Kölner Strafraum. Und jetzt direkt erfolgreich. Der 1. FC Köln aber hatte noch nicht genug. Cordoba. Rüber zu Skiri. 76. Spielminute. Der spielt den Ball aber über den Kasten. Trotzdem noch nicht vorbei. Cordoba. Läuft an. Das geht so einfach. Jean Cordoba. Kann rüber spielen. Macht es selber an den Pfosten. Doch Marc Uth staubt ab. 81. Minute. Das 3 zu 3. Eine fantastische Partie findet am Ende keinen Sieger. Weil der 1. FC Köln niemals aufgegeben hat. Und Düsseldorf stark nachließ. 3 Treffer muss man natürlich auch erstmal erzielen. Aber wenn man 3 kassiert. Dann hat man auch auf des Gegners Platzes keine 3 Punkte verdient. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und Adios.